Und damit herzlich willkommen im Weltall von Promi Big Brother 2021. Hier im Hangar wird jede Reise, jedes Prominenten beginnen an diesem schönen Band. Das hat nicht Rudi Carell hier stehen lassen von damals, das kennen wir eher vom Flughafen. Hier werden alle persönlichen Gegenstände erstmal gescannt von Big Brother. Die müssen hier abgelegt werden und das fiese ist, ein ganz fieser Kniff hat er sich da wieder einfallen lassen, die Promis dürfen jeweils nur einen persönlichen Gegenstand mitnehmen auf ihre große Weltallmission. Und ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden mit Sicherheit diesen einen berühmten Satz hören, gilt der ganze Koffer als ein Gegenstand? Willkommen in der Raumstation, Freunde. Hier geht's los, hier geht das Abenteuer für jeden Promi los, der entweder schon eingezogen ist oder der morgen live einziehen wird. Und wenn wir uns hier mal umgucken, stellen wir fest, es ist sehr kühl, es ist sehr karg. Und es ist sehr klein. Und es könnte eine echte Herausforderung werden für alle, die hier einziehen müssen. Also es gibt quasi keine eigenen Räume. Das ist hier alles in einem. Der große, weite Blick nicht ins Weltall, sondern in die Raumstation von Big Brother. Und da hinten, diese rote Tür, die wir sehen. Vielleicht kann man da einkaufen gehen. Wir werden's sehen. Also Marlene und Jochen, ich könnte uns gleich was Schönes mitbringen aus dem Big Brother Catering. Getrocknete Erbsen, Sahnenudeln mit Hühnchen und Spinat hätte ich im Angebot. Und Softfeigen für den Snack zwischendurch auf der Raumstation und Softdatteln. Ihr seht schon, es gibt Astronautennahrung und wie die zubereitet wird, das müssen die Bewohner und Bewohnerinnen natürlich selbst herausfinden. Das ist die Raucherecke. Die kennen wir noch aus unseren Schulzeiten. Bei Promi Big Brother sieht sie natürlich ein bisschen anders aus. Also geraucht werden darf hier in der Raumstation. Aber es gibt keine Fenster. Also wer jetzt in dem Glauben ist, mal eben schnell das Weltall erkunden und die Luke aufmachen, das ist nicht drin. Die Pritsche gefällt mir sehr gut. Aber ich muss sagen, ich bin 1,84 m und auch wenn wir hier gerade durch die Raumstation wandern, das ist deckenmäßig schon alles. Also man muss schon aufpassen. Ich hoffe, wir haben keine Riesenbewohner mit dabei. Das ist die kleine Nasszelle und die hat ihren Namen völlig zu Recht. Hier können sich die Bewohner dann frisch machen. Oh, ich sehe, Zahnpasta ist schon da. Das ist sehr praktisch. Das ist die Raumstation. Aber wovon die Bewohnerinnen und Bewohner nicht wissen, dass es noch eine ganz andere Welt gibt, die sich ihnen erschließen kann. Service, Big Brother. Wann wird hier nachgeschenkt? Das wird den Promis gefallen. Denn das hier ist die Definition von Luxus made by Big Brother. Wir befinden uns hier auf dem Planeten. Der Traum aller Bewohnerinnen und Bewohner. Hier wollen alle hin, wenn sie ihn denn erstmal gesehen haben und erkundet und erforscht haben. Und hier gibt es allerhand zu entdecken. Es gibt hier oben einen kleinen Balkon. Eine Rückzugsmöglichkeit. Ich will nicht sagen, wo die Promis lästern können, aber sie könnten, wenn sie wollten. Da oben sind sie ungestört und haben den kompletten Überblick über den Planeten. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz fragen. Das ist, wie du dir Luxus vorstellst? Also in meiner Welt nicht, aber egal. Ich glaube, unsere Prominenten werden hier sehr viel Spaß haben. Denn wir sind hier im Wohnbereich, im Schlafbereich. Hier findet das Leben auf dem Planeten statt. Und wenn ich jetzt den Vergleich mache zur Raumstation, ich glaube, ich würde das Bett eher wählen. Und da haben auch Leute über zwei Meter überhaupt gar keine Probleme. Falls es im Weltall, ich weiß, alle Fans von Harald Lesch werden jetzt sagen, Moment, Regen im Weltall? Ja, das kann hier passieren bei Promi Big Brother. Hier haben sie Schutz. Das hier ist das Badezimmer auf dem Planeten. Und holla, das ist wirklich knallebunt, wie es eigentlich zum Planeten passt. Ich bin wirklich begeistert und ich bin auch hin- und hergerissen, so cool irgendwie dann doch die Raumstation ist. So geil ist der Planet. Aber das Schöne an Promi Big Brother ist ja, wir kennen es alle nicht nur. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner werden entscheiden können, wer hier auf dem Planeten und in der Raumstation lebt, sondern auch sie. Und ich glaube, das ist manchmal auch fies, wie sie entscheiden. Aber das ist auch das Gute. Wir haben jedenfalls hier alles inspiziert. Das Weltall ist bereit zum Abheben. Wir sind ready to take off. Wir sind bereit zum Abheben.